Wofür stehst du morgens eigentlich noch auf? Du fühlst dich dort doch nur noch wie im Hamsterrad. Weißt du, Junge, Geld alleine macht nicht glücklich. Sieh dir diesen Herrn Kramer an. Auf die Werte kommt es an, mein Junge. Wir haben einen ganzheitlichen Beratungsansatz. Da wird Teamgeist seit über 20 Jahren gelebt. Herr Kramer sagt, bei diesem Kununu steht andere Unternehmen zahlen mehr. Du kennst den ja. Und hast du am Ende des Monats noch Leben über? Hier schon!